Hallo. Was? Was denn, Pan? Alles gut. Entschuldigung. Achso. Hallo. Herzlich willkommen zu T in Doppel-T. Und schön, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben. Denn heute müssen wir wieder herausfinden, wer hier Bösewicht und Liebewicht ist. Was? Nein, Traitor. Ich darf übrigens überhaupt nicht mitspielen in dieser Runde. Deswegen bin ich einfach der Kommentator. Cool. Wie? Oh nein. Oh Mann. Tobi sehen wir gerade, wie er in ein Hotel reingeht und mit seiner Waffe auf eine Telefonzelle anrufen kann. Tun tut. Ist er die Sexhotline? Er wollte die Sexhotline anrufen. Hast es nicht geschafft. Oh nein. Jetzt hat er sein Zimmer bezogen. Jetzt geht er wieder raus. Warum ist es denn hier so dunkel? Tobi hat Torpflanze gefunden. Kackt rein. Hört sich an wie eine normale japanische Gaming-Show. Tobi hat anderes Zimmer bezogen wegen dem Badezimmer. Hä, wo bin ich hier, Alter? Ich hab kein Ding, ich bin hier raus. Erzähler sagt Hotel. Machst du auch gleich die Untertitel, oder was? Tobi geht's aufs Balkon. Springt runter, Leben tot. Leben tot? Hä? Warum? Machst du alles, was der Erzähler sagt, Tobi? Ja. Tobi läuft weiter. Geradeaus. Und schaut sich diese schöne Landschaft an. Oh, Bahnhof. Oh, endlich. Endlich bin ich hier. Tobi sagt, oh, Bahnhof. Oh, endlich, endlich bin ich hier. Oh, ein Bahnhof. Tobi geht's weiter runter. Ich bin die ganze Zeit hinterher gelaufen. Hast du nicht gemerkt? Tobi schaut wild um sich, weil er gehört hat wilden, lauten Schrei. Was war das? Was war das? Tobi sieht Plakat an Wand. Alles klar, Heineken. Heineken, Werbung, Product Placement hier, Windows. Tobi hat Hubbel in der Hose, weil geil. Oh, geil. Muss auf Klo. Erzähler aus. 3D, oh Gott, 3, Voodoo, 5 Karten. Oh Gott, von wann ist das hier? Und das ist, glaube ich, Half-Life 2, ja, Opposing Force. Ich muss ganz kurz gucken, hier. Ja, aber wollen wir nicht mal eine Phase-Wunde machen, dass der mit spielen kann, vielleicht? Ja, nein, wir haben eine Phase-Wunde gemacht, dass der mit spielen kann, vielleicht? Ja, nein, wir haben eine Phase-Wunde gemacht, Leute. Hey, Erik ist schon wieder in einer anderen Welt gerade. Voodoo 3 hier, guck mal, Razer 2, die sind zwei, aber die Packung, die kenne ich gar nicht. Das muss eine amerikanische Version sein, die fehlen noch. Ja, aber guck mal, hier sind Melone. Ja, nice. Erik, sammeln alles. Wir spielen alles hier Melone-Paaren, bitte. Ist der Tobi. Video-Game, ich klaue dir jetzt. Boah, Alter, wäre egal, alles prügelt. Ich klaue mir, ich klaue mir die jetzt. Warte, kann ich hier so. Äh, welche Packung? Oh mein Gott, ist das eblich. Oh. Tobi erhebt sich im Himmel wie Tobi. Es fängt an zu regnen. Gott, sprich zu uns. Gott, sprich zu uns. Boah. Wo ist der? Oh, da. Hier, Erik, was. Wo ist, wo ist, wo ist der Boot, wie geil? Ich sehe nichts. Hier und das Flügt, Tobinando. Ich sehe nichts. Frage bleibt offen im Raum. Wer war das? Der Pan war das. Erik. Einen habe ich auch noch. Oh nein. Nein, Mann. Ich will fliegen. Ich will rausfliegen. Ich komme dir hinterher. Ja. Ja. Tschüss Erde, ich hasse dich. Tschüss, mach's gut, Welt. Ja. Episch. Mein Erbe ist ein Blutregen. Über der Stadt. Was zum Teufel. Mein neuer Lied ist ein Film. Oh, das Fenster ist ja offen. Die Nachbarn freuen sich bestimmt. Horizon. Horizon. Mein Erbe ist ein Blutregen. Tori, jemand muss das bei BeatStraper machen. Unbedingt. Boah, ist echt so einfach das Horizon-Lied, Mann. Mach das mal bitte. Aber so mit so geilen Dance-Moves. Ja. Ich weiß nicht, wie leicht das umsetzbar ist, aber viele meinten, dass dieser Editor eigentlich recht einfach ist. Oh, kommt jemand mit in den Sparmarkt? Nein, Tobi. Ich war gerade in der Bar. Ich, äh... Oh, endlich, hier sind diese Cornflakes, wo wir letztens bei der Forest drüber gesprochen haben. Pan, Pan, bitte. Oh, oh, diese geilen, die mit... die ohne Zucker so richtig gut schmecken. Ja, Mann. Ja, Mann. Voll gut. Warte? Müsste der Sparmarkt nicht hier irgendwo sein? Wo bin ich denn? Hä, wo bin ich denn hier? Ihhh, da würde ich niemals essen gehen. Horizon. 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 Hier ist auch noch ein Post-Service-Punkt. Auch geil. Malbero. Überall Holz. Kippen. Ich brauche Kippen. Oh, es soll Kippen. Ich hätte gerne einmal Fisch und Chips, ja? Die Dr. Igloo Edition. Captain Igloo. Entschuldigung. Hast du schon die Videospiele hier gesehen? Ja, na klar. Da habe ich gesehen, dass es eine Decent 2 Schachtel gibt, die mir noch fehlt. Aber ich glaube, dass... Bei mir sind die Boxen aber nicht alle richtig aufgelöst. Also das ist irgendwie... Ja, die sehen ein bisschen scheppig aus. Also die Half-Life-Dinger, die amerikanischen, die habe ich alle hier. Aber die Decent 2 Version, die fehlt mir noch. Gut gelaufen, du. Mhm. Hä, was quietscht ihr denn da? Ist das Asthma oder Liebe? König, was ist los? Was? Was ist los? Hä, wie war's los? Du hast ja gerade voll gequietscht. Nein. Eigentlich nicht so. Ich will dich quietschen hören. Hä? Hä, was denn? Hä, was denn los? So, soll ich noch ein Bier mitbringen oder was? Was für Bier? Er sagt... Ich verstehe gar nichts mehr. Warum ist Tobi so leise? Alles klar, Curry. Ich weiß, warum Tobi ein paar nichts mehr sagen. Ey, jetzt mal ganz... Oh, ganz kurz, ne? Ganz, ganz kurz. Mhm. Warum ist Tobi jetzt so leise? Deswegen hast du gerade so gequietscht, weil du Tobi irgendwie umgebracht und dann... du, du gekichert hast wieder. Nein. Du hast gekichert. Gekichert hast du, weil du jemanden umgebracht hast. So einer bist du nämlich. Ich habe keinen getüter... Du bist ein Mensch, der kichert, wenn er andere Leute umgehen. Ich habe niemanden getütert. Ich glaube, es war richtig knackig, als du ihn umgebracht hast. Nein. Ich habe niemanden getütert. Erika. So, mir reicht's. Curry, mir reicht's. Ich setz mich jetzt auf mein Fahrrad und fahre weg. Nee, das seh ich jetzt überhaupt nicht ein. So. Klingelingeling, klingelingeling. Okay. Also Erika, ich mein, wir können halt auch über vieles quatschen. Sag mal, wieso sagst du jetzt eigentlich immer Erika? Was fällt dir ein? Wir sind doch hier in Holland. Ja. Ja. Deswegen ist jetzt Erika. Mein holländischer Künstlerhaben ist aber schmakelig. Ich wollt mein Gouda abholen. Ja. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken gerade. Hab ich mich erschrocken, als die Bahn da ankam. Alter. Du Arsch. Wie er sich da versteckt hat im Laden einfach. Oh cool. Weißt du, was am schlimmsten ist, Erik? Hä? Ich hab mir gerade Videospiele im Schaufenster angeguckt. Da zie ich Curry hinten um die Ecke strafen und den Boomerang einfach so. Boah, das ist ja ein Sack. Ich hatte die Hoffnung, dass der Erik aus diesem... Also ich dachte, der wäre auch in dem Laden drin, würde aus dem Fenster rausgucken. Nee, nee, nee. Das ist keine Map für Curry und Erik, ey. Wenn die ganze Zeit vor den Laden denkt, der einfach gar nicht echt ist. Das ist halt so dumm, ey. Oh, hier sind aber voll die geilen Läden. Ach, Tobi, ich sehe gerade, was du meintest vorhin. Die Cornflakes sehe ich gerade. Ja, Mann. Oh, ne Frau, die isst Salami. Voll nett. So. Oh, wieso kann ich hier nicht hinter den Tresen gehen? Schade. Kann man gar keine Roleplay machen. Boah, ich wünschte, man könnte Autos fahren hier, ey. Ich bin schon wieder nicht straighter, ey. Ey. Lass uns mal auf dieser Map einfach mal eine TTT Roleplay drücken. Boah, voll gerne. Ey, Leute. Ey. Ich halte Olga. Huch! Ja, aber wenn... Ich hab mal einen Sparmarkt. Aber wenn dann einer was sagt, was dem anderen nicht passt, musst du ihn sofort bannen. Voll den Arschlochmuffmann hat. Ne, vorher muss man das ja noch auf Twitter dann markieren und so, weißt du? Ja, richtig, richtig. Umordentlich, umordentlich Eichweiß zu ziehen. Wir heißen deinen Laden, Erik. Guten Tag. Was ist immer los mit den Roleplays, Sir? Guten Tag. Hallo. Kann ich Sie über was begeistern? Haben Sie 7-Up. 7-Up haben wir, natürlich, hier in unserem reichhaltigen Getränke-Repertoire. Ich hab keine Zeit. Ja, kann ich. Bitteschön, 1-7-Up, bitteschön. Bisschen beeilen. Ja, was kostet das denn? Das kostet zwei Pfuffig. Ist ja Literflasche. Kann ich den Kaktus... Hör mal, können Sie mal nicht drängeln? Mann, ich möchte einfach nur in der Zeitung... Seien Sie bitte mal ruhig, der Herr war vor Ihnen da, ja? Hallo, Herr Kochtas-Pause. Je schneller Sie hier, je ruhiger Sie sind, desto schneller geht das hier. Ganz kurz, wie heiß sind Sie bitte, Herr Ladenführer? Also, mein Name ist Ingolf. Ingolf, hör mal, der Ingolf, ne, guck mal, der Ingolf, der hat einen wunderschönen Laden. Du machst den hier komplett rummelig, der hat heute Morgen alles aufgeräumt. Bist du bekloppt? Oh, ich hab Mittag! Wie, hä? Mittag ist rum, da bin ich wieder. Hey, Ingolf. Zwei Wochen Urlaub war schön, oder was? Ja, natürlich. Sag mal, Pan? Pan? Ja. Ja. Was machst du, Pan? So, hier, bitte. Zeitung. Zeitung kostet eine D-Mark. Eine deutsche Mark, bitte. Dankeschön. Wollen Sie noch was dazu haben? Vielleicht noch Käffchen? Coffee to go, ein Euro heute Tagesangebot. Heute früh shoppen. Nehm ich, nehm ich, nehm ich alles. Gut, Moment. Da ich ja kurz an der Kaffeemaschine gehen. So. So, bitte. Klauen Sie nicht meinen Kaktus! Der hat meinen Kaktus geklaut! Was? Was? Hier ist Alarmsystem, aber ich kann nicht draufdrücken. Politi! Politi! Wie! 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 Was? Wo ist er hin? Wo ist er hin in den Golf? Den schnapp ich mir! Den schnapp ich mir! So! So! Ich muss auch meine Rechnung bezahlen! Ich muss auch meine Rechnung bezahlen! Halten Sie den Täter! 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 Bleiben Sie stehen! Sofort! So! Du Arschloch! Kommen Sie her! Ich schlag ja wirklich zu! Kommen Sie her! Du hast mich geklaut! Na klar schlag ich zu! Jalla jalla! Jalla jalla! So! Hey! So! Pan, geht's dir gut? Pan? Pan, bist du gerade im Tradershop? Pan? Pan, was machst du da? Pan? Was machst du da, Pan? Hä? Hä? Twirkt sie da gerade, oder wat? Okay! Das sieht nicht so schlecht aus! Pan, du hast geübt! Was macht die da? Wo guckt die hin? Was machst du, Pan? Keine Ahnung! Hä? Hä? Jetzt mal ohne Witz! Was ist da los? Die Chance schlägt groß, dass sie im Tradershop war, ne? In Golf! Eigentlich schon, ja! Die Chance ist da! Ja, also ich verstehe es halt auch nicht, Pan! Die Chance ist auf jeden Fall da! Also wenn sie im Tradershop war, hat sie es auf jeden Fall gut runter gespielt! Ja das stimmt! Das muss man natürlich auch ihr lassen! Ne? Das ist natürlich vollkommen richtig! Ein bisschen mein bester Trader-Move! Mhm! Hey, du brauchst jetzt auch gar nicht so falsch lachen, Pan! Also ich finde das jetzt eigentlich nicht so lustig! Boah, das ist voll falsch! Hört ihr das, Leute? Hört ihr das? Oh cool, hier sind noch ein Spieleladen! Hä? Hey Tobi, du bist ganz dunkel da oben! Ja! Und der Sportalmer nach, aus Zurück in Zukunft! Wer schießt, hier schießt jemand auf mich und ich bin wunschuldig! Was soll das? Daneben, George McFly! George McFly! Ein Buch von George McFly! Oder ein Film! A Match Made in Space! Hä? Hä? Äh, ich höre nen Zug! Ich auch! Oh, jetzt die neue PS2 haben sie ja auch! Wo ist der Zug? Hä? Was ist da los? Pan! Was war das für eine Explosion? Hä? Ich hab da oben nicht geschaut, oder? Ich hab da oben nicht geschaut! Ich hab da oben nicht geschaut! Äh... Alter! Äh... Ähm... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pan! Warte mal, warte mal, warte mal! Stopp! Ähm... Was ist das für eine Explosion? Ich glaub, ich hab ne... Ich glaub, ich hab ne Tür kaputt gemacht. Hä? Hä? Wo bist du? Jetzt mal abgesehen davon, Erik. Boah, wie la... Hört ihr das aus, das laute Geräusch? Ja, ja, das ist... Okay. Können wir aber davon weggehen. Pa... Tobi? 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 Erik, Erik... Ja? Ja? Die beiden waren hier grad in diesem Gebäude drin, in diesem Biergarten, oder was auch immer. Dann ist Tobi war unten, Pan war... äh... Oben. Tobi war oben, Pan war unten, wo? Ah, was ist das denn hier? Da ist ein, äh... Back. Kannst du mir mal zu sagen? Ja, ja, ich hör dir zu. Hä? Was? Der Tobi liegt hier oben, Pan, jetzt mal ohne Witz. Da... Oh nein. Warte denn jetzt! Ach, Gewitter! Gewitter! Jetzt mal ohne Witz, Pan. Das ist ne Fake-Leiche, das ist ne Fake-Leiche, verdammtes Scheißmann. Ja, wieso mit das... Geh mal weg, geh... Blut weg, geh runter. Oh, da hab ich den wirklich getroffen. Oh Gott, das wär so furchtbar. Weil ich hab noch Spaß da hingedr... Oh Gott, Tobi... Du weißt, dass da Blut ist, Pan. Also, ich hab diese Explosion gehört... Das kannst du auch machen! Warte mal! Du weißt, wie das aussieht? Hä? Der war innocent... Aber... Ja, aber warte mal, die Explosion, das weiß ich nicht. Das war der... Ja, geh auf auf mich zu ziehen! Das war der Gäber, der sich... Boah, das ist auch... Wer sich jetzt... Wer sich jetzt bei der Bock drauf hat, hat er sich in die Luft gejagt? Ja! Nein, wirklich! Nein! Warte! Der Tobi hat hier so von außen hier einmal den hier gemacht, ne? Ja! Wahrscheinlich nach unten, dann höre ich die Explosion, dann hab ich auch Spaß hier oben reingeschossen! Ah ja, und dann... Du siehst hier doch das Einschussloch, Mann! Es war von außen! Mann, Curry, sing doch mal nach! Ohne Scheiß hier! Ja, aber es war ja trotzdem... Aber warum ist hier... Warum ist der Tobi tot? Das ist die Physik des Spiels! Warum leuchtet das hier so? Ich geh jetzt hier raus! Warum... Du kannst doch jetzt einfach das Thema beenden, Pan! Der Tobi ist hier tot! Ne, ich glaub jetzt hier und wohne jetzt hier! Hä? Ne! Das ist Queen! Zwei Minuten noch, zwei Minuten noch! Also, das war ohne Witz, ne? Nein, ich war das nicht! Ja gut, du hast ja Zeit, also... Ist ja easy, ne? Also, wir brauchen... Der Erik rennt da hinten rum, okay? Alles klar! Ja, schön, Pan! Ja, ja, klar! Kannst du dir den ja als nächstes vornehmen! Ist ja krass! Alter! Was ist das denn? Dieses Blitzen, ey! Das ist so gruselig! Gewitter! Gewitter! Neu! Also, Pan... Ey, Erik, ich will dir nur noch sagen, die Pan und der Tobi waren zusammen in diesem Gebäude und jetzt ist der Tobi tot, also... Nein! Okay! Okay! Ich war aus! Oh, Tobi, der kriegt doch zurück! Ich war aus! Tobi! Ich gedenke deiner Asche! Tobi! Ich werd dich niemals vergessen! Du bist ein super Freund gewesen! Tobi! 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 Ja, ich hab ne Bombo reingeworfen! Ich war ganz anders! So, der kriegt sich zu Plotwist gerade! Weißt du denn mit der Tür? Ich dreh durch! Ich hab gesehen, was er... Tobi! Boah, ist das laut! Alter Falter! Dämonenstimmen Pan! Boah! Ich will hier raus! Geh doch da raus! Nein! Ah, Curry, das war so billig gerade! Das war so billig! Alter, ich hab alles gesehen! Ich hab alles gesehen! Ich hab alles gesehen! Ich hab mich irgendwo versteckt und nicht beobachtet! Ah, beobachtet! Hab ich eins! Ja, ja! Boah! Mann, ich guck aus dem Fenster! Meistens fliegt davon mal so ne Taube entgegen! Ach so! Ah! Ah, die Taube! Der Curry war die ganze Zeit bei Erik da drüben! Tschuldigung, Tobi! Ach man, ey! Ja, gut gezielt, Curry! Gut gezielt! Ja, ich find's aber cool, dass das Thema dann einfach so beendet ist! Weißt du? Oh, was das denn nicht? Tschüss! War nur Tobi, der da lag! Ist scheißegal! Tobi, ich hab für dich gesungen, Tobi! Das ist ein Freundschaftslied! Das stimmt! Das stimmt! Du wärst schon mal für Tobi Handeln! Können Paare schießen können! Was ist das denn? Hä? Aber du warst doch Traitor! Du hast doch Tobi getötet! Ach so! Ach so! Ja, gut dann! Ey, erschießt jetzt auch jeden Verdächtigen einfach gleich! Ich leg mich immer hin! Ey, aber ich muss doch hier mal was tun! Cool, wie der Zug hier vorbeifährt! Das ist ja cool! Hey, ich hab was ganz komisches gefunden! Hä? Was denn? Was ist das? Nimmst du mal deine Hand aus meiner Hose, bitte! Danke! Das ist ein Polizeischutzschild! Das ist ja... Da iiii! Hä? Sieht echt komisch aus! Vor allem, weil das so hell ist! Kann jemand auf mich? Nee, warte mal! Ich will lieber nicht! Wo seid ihr denn? Stell mal hin und schlag mal gegen! Oder schieß mal durch! Ach so! Das ist so ein Polizeischild! Das kenn ich! Gibt das in Holland wirklich auch mit den Energiedingern? Ja, ja, genau! So geht's! Gib mal ein Zeilen Schuss! Oh! Ja, an meinen Fuß oder so! Und? Ah! Okay! Hilft dir das? Ja, ist gut jetzt! Hä? Pan tot! Warte mal! Ich will das Schild haben! Gib mir das Schild! Andersrum! Andersrum! Boah! Alter! Zur Sicherheit! Gehen sie direkt zum Schild! Gehen sie direkt zum Schild! Nein! Sag mal! Sag mal! Ich muss... Ey! Er schießt da! Erich, hast du gesnipet? Nein! Ich bin ganz woanders und ich hab keinen Sniper! Du Arschloch, Erich! Hä? Ich hab keinen Sniper! Warte willst du? Hui! Guten Tag! Hallo! Ich mach'n Licht an! Ah! 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 Ich hab'n Licht an Kontrast! Ah! Ah! Ähm, wer? Was ist das? Was ist das? Hä? Wer war's denn? Ich hab' keine Ahnung, da in der Garage ist richtig Party abgegangen! Tobi? Also... Ich war's nicht! Also jetzt schon wieder her! Ist doch nicht wahr! Ich... Also ich weiß nur, dass sie in die Garage gegangen sind und jetzt ist wieder einer tot! Tobi ist tot und Pan ist übrig! Was? Ich hab' Thomas gehört! Ich hab' Thomas gehört! Ja! Das ist doch schon verdächtig! Also ich hab' auch... Also ganz kurz... Ich... Ich war es nicht! Ja! Ich war es nicht! Ja! Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht, was ich meinen soll! Ich war's aber nicht! Warte mal! Tobi ist tot oder was? Tobi ist tot, ja! Tobi ist tot! Ist sogar sehr tot! Also so wie Pan reagiert hat, ist Tobi tot, ja! Ja... Ja, und so wie Pan reagiert hat, war's es wirklich nicht! Dann muss es aber Curry gewesen sein, der da einfach ne Lock reingeschickt hat! Aber wenn ihr vorbeikommt... Ja, oder du! Ja, ich war ganz woanders! Ich seh' schon sehr schuldig aus! Ja, das war ich auch! Das war ich auch! Ist doch Thomas... Bin my Curry, 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 bin my Curry... Ja, ich glaub... Bleib locker! Entspann dich! Okay, gut, ich entspanne mich, ich entspanne mich! Alles klar Pan, willst du mich komplett verarschen? Ey, ich baller dich ohne Witz, ne? Ja, dann warte doch! Nö, mach ich jetzt aber nicht! Sorry! Also eigentlich, wenn Tobi wirklich tot ist, muss es eigentlich... Ja, der ist hier, ich hab den hier hingehangen! Ja, das ist ja toll! Und weißt du, das war so, ne? Aha! Da hatte sowas... Und dann, dann kam die Lokomotive durch, er sagt, ey Pan, und ich mach auf und weißt du, wie schuldig kann man bitte ausstehen mit der leichten... Ja, das ist aber sehr lustig, Pan ey, das ist echt lustig! Aber die Lokomotive kommt ja überall durch, das heißt, er hätte ja locker durchschicken können! Die kam von... nein, die Lokomotive kam definitiv von hier! Aus... aus dem Raum heraus? Ne, ne, hier in den Raum rein! Ja, dann muss es aber Curry gewesen sein! Ja, oder der Erik! Ne, ich war gerade wieder Computer gucken! Ja, ich war auch gerade am Bahnhof gucken! Ja, ich war auch gerade am Bahnhof gucken! Ja gut, du warst am Bahnhof gucken, dann muss es aber gewesen sein! Achso, ich muss... okay, ja gut, Erik! Ähm, was ist denn das? Chocolate Rape! Suckers! The Big One! Was? Was? Okay! Nicht schießen! The Big One, ey! Komm, Erik, ich geb dir einen Haus da! Also, ich mach gar nichts! Ja, nice! Ich entspann mich komplett! Ja gut, du hast ja noch vier Minuten, ne? Ja, eben, deswegen ist es easy! Ja, ja, kein Problem! Kein Problem, Curry! Oga, bitte sag es! Was denn? Hey, was denn? Bitte sag es hier vorne! Achso! Ein Ticket! Ich hab fünf Geld! Oh, für fünf Geld! Ich hab fünf Geld! Leg ich in deine Pfanne! Für meinen Bruder! Oh! Hä? Was ist jetzt? Mein Bruder ist Traitor! Oh, Pan, ey! Ein Ticket, Pan! Bitte! Bitte, Pan! Bitte machen Sie ein Ticket! Pan, soll ich dir mal zeigen? Ich hab einen Luftballon gekauft! Alles cool, alles cool! Hast du grad den Erik getötet, Pan? Ja! Ja! Ich wusste es, ne? Er ist die Lokomotive! Deine eigene Schwester getötet! Er ist die Lokomotive! Und jetzt machst du hier einfach im Rücken den Erik weg, oder was? Du... Du bist so ein Schwein! Hä? Wieso? Das tut weh! Na, mein Kind, Pan! Lass mich in Ruhe! Scheiß Nutella Glas! Soll ich dir mal mein Kind zeigen, Pan? Warte mal... Ah! Ich hab mich bespuckt, weil ich mich aufgeregt hab! Mit blauem Kopf! Weißt du was, schönes Kind! Ich hab meinem Kind schon, äh, ein Geschenk gekauft! Mhm, mhm! Und zwar, äh, äh, hier, Dings... Wie heißt das? Das wird bei Weihnachten jetzt neu! Das ist jetzt komplett komisch! Wie heißt denn das Pan? Warte mal, hilf mir doch mal bitte! Ja, klar ist hier! Abreagieren! Pan? Ja! Okay, wer ist los? Wollen Sie ein Ticket haben? Nein, ich möchte jetzt kein Ticket mehr haben! Ich habe ein Ticket, Pan! Bitte, Pan! Kommen Sie! Wofür hast du denn ein Ticket? Ja, sag ich dann danach! Also, wenn Sie das Ticket gekauft haben! Okay? Nee? Okay! Wollen Sie jetzt ein Ticket? Ich will kein Ticket! Okay! Dann lass ich das! Willst du mir ein Ticket in die Hölle? Erik, warum hast du gerade so Geräusche gemacht? Ist mit dir was passiert? Das ist immer ein schwieriges Unterfangen hier jetzt! Hä? Hä? Was ist... Hä? Wieso? Ja, ich fühl es... etwas schwierig! Was denn? Gar nichts! Wo bist du denn gerade so? Ja, ich bin immer noch... Oh Gott, Hilfe! Gefährlich! Aha! Boah, Braun! Nice! Nice! Sehr schön, Pan, sehr schön! Boah, Cari, du Schwein! Caör zu Sport! Ich muss das erklären, Pan! Ich muss das erklären! Weißt du, was ich machen wollte? Vorhin, als die gerade... wollte ich eine Finte machen, habe auf den Boden geschossen... und ah! tre99 ger데城 escrito das... In dem Moment! frühst dieses scheiß Ding da rein und ich verloren! Die Arschung geht aus und ich stehe da. Das tut mir voll leid, man. Das war voll scheiße. Das ist voll lustig. Das ist voll lustig. Ich hab halt Curry wieder voll die Vorlage gegeben. Das nervt so, Alter. Entschuldigung, Tobi. Das ist echt... Aber trotzdem haben wir Curry verdächtigt und nicht Pan. Das stimmt, das war gut. Ja, das ist natürlich wie immer so. Sagt das mehr über Pan aus oder über Curry? Das ist die Frage. Das ergibt total Sinn. Warte mal. Wie er da Feige auf dem Balkon gestanden hat, im Nichts irgendwo. Entschuldigung, irgendwie kann ich nur als Rater. Ja, schäm dich einfach, schäm dich. Ich bin übrigens innocent. Ich wollte es nur sagen. Ich bin auch schon wieder. Du bist innocent, na. Wo ist meine Xbox hin? Ich hab 50 Cent. Oh nein, eine Lokomotive. Ich hab ne Scheißwaffe. Ich hab ne Scheißwaffe. Guten Tag Curry. Hallo Curry. Hallo Curry, bitte nicht schießen. Ich erschieße dich nicht. Ich hab keinen Grund dazu. So, als erst mal wieder auf diesen Scheiß... Ich bin Assassin's Creed. Ist das hier der Richtige? Hä? Hä? Was denn, Erik? Was los? Ich tu mich hier andauernd. Ich weiß auch nicht. Was mach ich denn? Kann ich dir behilflich sein? Ich glaube nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich hier mache. Okay, also ich muss jetzt auch nicht helfen. So, jetzt bin ich richtig. Was ist das denn? Äh... Hä? Ich hab einkaufen. Das ist doch ein Scheiß. Hast du dich raten müssen? Was hast du denn gekauft? Nee, ich brauch... 360. Hey! 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 Curry auf den Dächern mit ner Snipe. Alles klar. Hey Curry. Ist das nicht gut, Erik? Show nice, show nice. Das ist schon alles gut. Ja, ich bin natürlich wieder verdächtig. Ich weiß. Ja, weil du lebst, Curry. Weil du lebst, bist du verdächtig. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Dann ist alles gut. Hä, was ist denn Reiz los, Alter? Hey Tobi, dreh dich mal um, ich töte dich jetzt. Aaaaah! Mamamamam.. Okay, das hört sich für mich echt an. Schieß mal Tobi, schieß mal mit der Pistole. RKO-Oh, danke Tobi. I am dead man. Was ist pan wieder? Im Frauenhaus. Ja. Da ist sie. Oh! Äh, Curry? Oh, Scheiße! Was denn? Scheiße! Was denn? Äh... Geh weg! Wann da nicht... Nee, geht nicht. Ja, Glück den aufgefahren, ne, also... Schade. Nein! Tobi, lebst du noch? Ich lebe noch, ja, aber ich hab gerade ein bisschen geschwitzt. Curry, bitte nicht... Ja, ist ja nichts Neues, Tobi, ne. Ja, Leute, schwitzen halt, ist so. Ey, das hast du jetzt gesagt, Tobi, da kann ich jetzt nichts für. Musstest du wieder atmen? Ja. Und vor allem noch dazu, die Maus noch und die Tastatur bewegen halt. Oh, okay, das ist hart. Das ist hart. Weißt du, mit Kalorien ich die Sekunde verliere. Oh, Tobi, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hast du? Oh, ja. Oh, ja. Was denn? Hä? Was haben wir gemacht? Entschuldigung. Äh, what? Wir machen jetzt sowas ganz Traitor doch bestimmt, ey. Tobi? Ja. Okay, du lebst doch. Wieder mit Pause. Was soll ich denn? Hä? Ich muss ja erstmal hören, was du sagst. Nein, du musst recht antworten. Ja. Alles klar, geil. Ja, danke, Tobi. Kein Ding. Ach komm, ey. Ach komm. Ey. Ich hab nicht gesagt, dass du mir nachsprechen sollst. Ey, ich hab nicht gesagt, dass du mir nachsprechen sollst. Ja, ich brauch ne Pumpgun, Mann. Jo, hör auf jetzt. Hör auf. Pumpgun, lieb... Ach so. Pumpgun, lieb... Pumpgun, komm doch zu mir nach Haus. Mit Tobinatoren kann ich laufen. Nee, nee, nee. Leute, ich glaub der Tobinatoren wird mich töten. Genau wie Erik. Hä? Komm her, komm her, komm her. Das ist aber ganz unabhängig von TTT. Warum blutest du denn? Ja, weil ich meine Tage hab. Wir können jetzt leider nichts machen, Tobi. Tut mir leid. Ich wollte ja flapfen dahin, Alter. Ich bin so alleine hier, ey. Ja, kann man hier schwimmen, Alter? Oh nein, Pan, ey, scheiß. Jetzt hast du ja gar keine Opfer. Oh, ja, Kacke, ey. Blöd gelaufen, Pan, ne? Kann man hier schwimmen? Komm, ich komm mal zu dir. Oh, hier ist die Windmühle. Ja, da ist die Windmühle, Pan. Ja, Curry, ist da die Windmühle oder was? Ja, da ist die Windmühle, Pan. Ganz kurze Frage, wer ist ein Traitor gerade? Ja, ich offensichtlich. Okay, alles klar. Gut. Gut, du hast das jetzt bestätigt. Er schieß dich jetzt mal an, wenn ich die sehe. Nein, Tobi, mach keinen Scheiß, ey. Ich mach keine Kacke. Ah gut, ich dachte schon. Ich erkunde grad ganz friedlich die Map. Curry, bist du Traitor? Mach ich auch grade, Ruhs. Curry? Ich hab den grad noch hier vorne gesehen. Keine Sorge, der lebt. Curry? Es sei denn, eine von euch hat ihn erschossen. Pan, warum bist du hurt? Ich bin da runtergefallen. Hab ich doch grade gesagt? Okay. Aber warum redet die Fähne nicht mehr? Ah, warte. Curry! Ich guck mir das ganze mal von hier oben an. Wo ist er? Hä? Ach komm, Curry, willst du mich verarschen? Hä? Was ist der Tobi? Hey, 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 hey. Curry, Curry, Curry. Wo bist du denn? Hey, hey. Was ist das für ein Buch, Alter? War der für ein Buch? Hm? Hier, guck mal. Les mal. Pan, das ist jetzt nicht so gut. Was ist das so eine Kackwaffel, Mann? Hä? Was ist jetzt passiert? Was war denn los? Ich dachte, das ist so ein One-Shot-Ding, ey. Scheiße. Hä? Hä? Hä, warte mal, Curry lebt noch? Ja, natürlich. Hä? Hä? Warum hashingst du mich? Hä, warte mal. Tobi, warum? Warte die her? Ich war das nicht. Von dir wahrscheinlich. Die hast du doch gerade gedroppt, Pan. Ach so. Ach so, okay. Ach, aber warum hast du noch gelebt und nicht geredet? Ja, weil ich gucken wollte, was ihr macht. Weil er wieder doof ist. Ach so, das Wiesliche, alles klar. Geil, Curry. Trau' keiner Wurst. Du bist ja echt richtig... ażulasulasulasulasulasulasulas dryer. Oh, ach STOREN. Ja, aber guck mal, du hast dann angefangen zu Verdächtigen. Und dann hast du dich verdächtigt... Ich bin schon wieder innocent, man. Und dann, dann ist da irgendwann alles eskaliert. Ey, ich hab grad Geld aus dem Geldautomaten gezogen. Wahnsinn. Hä? Pan, was soll das? Gib mir das! Hä, wieso spült ihr den Klo? Oh Leute, ich hab hier ne Traderfalle gefunden Alles klar, nice Guck mal hier, hier hat jemand nen Stuhl geschossen Ich hab's genau gesehen Da beim Gameladen Okay, ich bin mit Paaren ganz woanders Ich bin mit Paaren ganz woanders Wir können es nicht sein Mit dem Stuhl Leute Leute Hallo Okay, Entschuldigung Das war gruselig, Mann Entschuldigung Was denn, was denn, was denn, was denn Komm wir machen ganz ekelhafte Pärchen-Action Damit wir uns alle hassen Ja, ich muss Tü-Tü zu machen, Mann Tobi Wenn ich gleich tot bin, dann war es ein schöner Tod So was Okay Super So Ist die Garage noch alleine da aufgegangen? Komm weiter, mit so ne Liste weißt du Achso, ach der Tobi wollte wieder Spannern Sag Let's play's Hast du noch nen Bildschirm? Ja, ich hab mir jetzt nen besseren gekauft als das letzte Mal Oh cool, sieht ganz gut aus Äh, hat sich grad kaputt geblüht Hä, nein, der liegt doch hier Hör auf, hör auf Nein Das ist der Schraubenzieher hier Der ist jetzt heile Jetzt ist der richtig gut geworden gerade Okay, ich geh schon So, ne Waffe wäre schön Ja, hier ist eine drin Hier, hier ist eine, hier Oh, dankeschön Okay Ach, ich hab schon eine, alles klar Hier ist ein, äh... Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass ich eine hab Alles klar, cool Oh, nice Nochmal so als Infolge Was denn? Was? Der Stuhl? Ein Moment bitte Ich hab den hier in der Hand Sie müssen sich hier anmelden Ich fahr auf meine Bicycle weg Ach, schlau Hä, was? Nochmal was? Ich hab hier Ich hab gesagt, sie müssten sich hier anmelden Da hab ich mich hier hingestellt und bin einfach gegangen Hier ist der Stuhl Hier ist der Stuhl, Leute Hier ist er Das ist aber kein Traderfallenstuhl Doch, das ist der Traderfallenstuhl Alles klar, wen verdächtigst du Curry? Das ist der Hier, guck mal da Das heißt, du bist jetzt eine Stunde lang mit diesem Scheißstuhl durch die Gegend zu laufen mit diesem Witz Was? Das ist doch gar kein Witz Das ist voll ernst gemeint Curry, wen verdächtigst du? Ich erschießt der die Ding Warte, hier ist ein roten Stuhl fast, Tobi Boah, was für stabile Fahrräder Ich war's, ich hab zuhause auch einen Stuhl Warte, ich nehm eins mit, okay? Warte Ja Bitte nicht drauf schießen, Tobi Bitte Das klingt meistens nicht Niemand geht mich Jeden einer wird eh drauf schießen, ihr Kacklöcher, ne? Ja, natürlich Äh ist stimmt gar nicht Baw, warte mal Ich setze mich jetzt Ich hab so Kraft und Raktion gestoppt! Hä? Nein, Nein, DID Ich musste es tun! Ich konnte es nicht anders. Ich wusste nicht, dass Palen hinter mir steh design aber ich musste es. Oh mein Gott, ey. Vor allem sich Erik noch so, wie er sich erst noch so richtig positioniert und dann mit der Waffe sofort. Weißt du, ich denk einfach überhaupt nicht drüber nach. Ja, ja, weil ich zuerst die falsche Waffe gezogen habe. So, mit dem Mausrat ist es immer so doof. Ah. Nice. Waren ihr beide tot wenigstens? Hab ich beide getroffen? Ja, ja. Das hab ich wieder getan, glaub ich. Könnte, wir sind zusammengestorben, das ist das Wichtigste. Ja, das war schön, Tobi, ne? Wir sind wieder über eine halbe Stunde? Ja, ja, die Folge ist vorbei, ne? Ach krass, ich krieg das gar nicht mehr mit. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö, Siekowski, ne? War richtig nice mit euch heute wieder. Der war so nice, ihr war nice, alter. Nice, tight, alter, tight. Hm, 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 hm.